Hallo Freunde, Tag 1. Da oben kommt die Sonne auf jeden Fall schon raus. Leute, wir sind jetzt am Hilfspunkt 3200 Meter und Patten will jetzt hier runterfahren. Der nimmt auch alles mit der GoPro. Der hat klar gemacht, ja? Oh, 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 oh. Gas raus, meine Brecht. Oh, 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 oh. So Leute, wir sind jetzt hier an einer Speedstrecke. Und jetzt spielen wir eine Challenge, einfach wer zuerst unten ist. Oh, oh, oh. So, oh. Will you believe it's true, baby, won't you let the light shine through, for you, for you Won't you let the light shine through Lukas and I lost, Patrick won I didn't win Lukas also laid out He laid out right at the beginning I don't know if we have it on, but I'm chill Hello, Patrick Bart is starting Day 2 in La Plane Today a few of my time will be taken off, if Moreno has a lot Knock right before At the beginning Foot IPO What kind of thing got ready Ridas Ignorant Man blade Pen witness opinion Vest CI Es ist mein Bestes, mein Bestes! Ja Leute, Max Moreno mit Party, Party, Party wieder am Start. Wir gucken jetzt, wer von uns das zuerst schafft, dort in diesen Blocksack einen Rückwärtshalt rein zu machen. Beziehungsweise Auerbach. Auerbach, ja. Mit Schiern. Mal gucken, wie es wird. Der Moreno fängt auf jeden Fall an. Habe ich Angst. Der Pussis-Patrick ist Pussi-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti-Putti. Da Pussis! Das war die Schumpst nicht zum Beispiel. Na da Pussis! Topsis! Hallo Leute, der dritte Tag in Frankreich Skifahren, heute ein kleiner Prank, an Max Moreno, der wird bestimmt ganz lustig sein, weil ich habe seinen Skipass gerade abgezogen, ich war gerade da.